Was die FDP in den folgenden Jahren für Deutschland will, das erkläre ich euch anhand der folgenden Kategorien. Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Bildung, Geld und Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit, sonstige wichtige Punkte und natürlich Kritik. Und übrigens, neben der FDP werde ich zu allen größeren Parteien solche Wahlprogramm-Videos machen. Also, falls ihr das sehen wollt, abonniert jetzt schon mal den Kanal. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Klar ist natürlich auch, dass ein solches Wahlprogramm-Video nicht zu 100% die Vorhaben einer Partei abbilden kann. Deswegen schaut nochmal unten in die Infobox. Dort habe ich euch noch weitere nützliche Links zu dem Wahlprogramm selbst, aber auch zu anderen Informationen verlinkt. Und jetzt beginnen wir mit dem Thema Klimaschutz. Für die FDP selbst ist beim Klimaschutz wichtig, dass man bei Nachhaltigkeit und der Senkung der CO2-Emissionen vor allem auf die freie Wirtschaft setzt. Für sie geht Wirtschaftlichkeit, also dass man auch am Ende Geld machen kann mit etwas und die Wissenschaft Hand in Hand. Sie schreiben dazu, Zitat, Zitat, den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieuren und Ingenieurinnen, Technikerinnen und Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Zitat Ende. Also den Weg zur Klimaneutralität meinen sie hier. Um überhaupt klimaneutral zu werden, will die FDP vor allem auf CO2-Zertifikatshandel setzen. Was genau ist das? Erstens, der Staat setzt fest, wie viel CO2 pro Jahr ausgestoßen werden darf. So und zweitens, wer jetzt CO2 ausstoßen möchte, also beispielsweise Unternehmen, der muss sich Zertifikate, CO2-Zertifikate einkaufen. Man erwirbt sozusagen das Recht dazu, CO2 auszustoßen. Und wenn es nach der FDP geht, dann werden diese Zertifikate mit der Zeit eben immer teurer. Also das CO2-Ausstoßen wird eben immer teurer. Wer also weniger CO2 ausstößt, der muss auch weniger Zertifikate kaufen und spart somit Geld. Wer übrigens CO2 speichert, laut der FDP, soll Geld zurückbekommen. Übrigens, in der EU gibt es bereits seit 16 Jahren einen solchen Zertifikatshandel. Mehr Informationen dazu findet ihr auch übrigens unten in der Infobox. Die Partei will auf jeden Fall dieses Prinzip weltweit einführen, zumindest will sie sich dafür stark machen, mindestens aber auf EU-Ebene. Für die FDP ist aber auch klar, dass der Staat sich bei klimapolitischen Maßnahmen nicht zu stark einmischen sollte. In ihm Programm steht deswegen, wir Freie Demokraten wollen deutsche Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen durch klimapolitische Maßnahmen schützen. Außerdem möchte die FDP eine Klimadividende einführen. Sie sagt nämlich, dass das Geld, was aus immer teurer werdenden Zertifikaten sozusagen eingenommen wird vom Staat, dass das nicht, Zitat, versickern sollte im Staatssystem beziehungsweise in den staatlichen Einnahmen. Heißt also, die FDP möchte nicht auf wirtschaftlichen Wachstum verzichten, wenn es um Klimaschutz geht. Außerdem bei alternativen Kraftstoffen setzt sie vor allem auf synthetische Kraftstoffe. Und die FDP möchte Geoengineering ermöglichen, um, Zitat, Risiken durch den Klimawandel zu minimieren und neue Chancen zu schaffen. Was übrigens Geoengineering genau ist, das erklärt euch mein Kollege Cedric. Das Video von ihm findet ihr hier oben im i nochmal verlinkt. Weiter geht's mit dem Thema Digitalisierung. Aus Sicht der FDP lief die Digitalisierung in Deutschland bisher, Zitat, unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Außerdem möchte sie ein Ministerium für digitale Transformation einführen. Also ein Ministerium, das sozusagen mit der gesamten Bundesregierung, mit den ganzen Ministerien der Bundesregierung zusammenarbeitet und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, koordiniert und zusammenführt. Außerdem möchte die FDP bis 2025 den 5G-Ausbau komplett abgeschlossen haben. Und wenn es um das Thema Glasfaser und Gigabit-Internet geht, dann sagt die FDP das hier, Zitat, Sie wollen den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen nachfrageorientiert und kosteneffizient beschleunigen. Wie das in Regionen aussieht, wie beispielsweise Dörfern und kleinen Gemeinden, wo aktuell die Nachfrage nach 5G-Internet vielleicht weniger groß ist als in großen Ballungsräumen. Wie das aussieht mit dieser Nachfrageorientierung, das sagen sie nicht genau. Sie möchten aber Gigabit-Gutscheine einführen. Heißt, mit diesem Gutschein soll ein Teil der Kosten, die angefallen sind, bei der Umstellung auf eine schnellere Leitung rückerstattet werden. Diesen Gutschein sollen bekommen kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, aber auch Privathaushalte. Wie hoch dieser Gutschein sein soll, das sagen sie im Programm allerdings nicht. Außerdem möchte die FDP ein sogenanntes Deutschland-Portal, so nennen sie das selbst, einführen. Also ein Online-Portal, wo sich jeder einloggen kann und nachschauen kann, welche Daten der Staat über einen selbst gerade hat. Und bei Behördengängen will man vor allem in Zukunft auf künstliche Intelligenz setzen. Ob das nun bedeutet, dass man bei Behördengängen vor allem von künstlichen Intelligenzen beraten wird, das sagen sie nicht. Aber sie wollen in Zukunft bei Behörden vor allem auf Open-Source-Material, auf Open-Source-Programme setzen. Und bis 2025 will die FDP, dass alle Ministerien, Zitat, zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und umsetzen. Und weil wir gerade eben auch schon beim Thema Klimaschutz waren, die FDP möchte auch oder ein erklärtes Ziel der FDP ist es, nachhaltige Rechenzentren zu haben. Übrigens, würdet ihr eigentlich die FDP wählen, ja oder nein? Schreibt mir das jetzt mal unten in die Kommentare. Kommen wir zum Thema Bildung. Die FDP möchte 2,5 Milliarden Euro mehr in Bildung investieren und möchte auch, dass Bund und Länder mehr zusammenarbeiten. Also, dass die Länder nicht mehr so komplett alleine ihr Ding machen beim Thema Bildung. Aus Sicht der FDP sind die Qualitätsunterschiede in den jeweiligen Bundesländern zu unterschiedlich. Deshalb möchte man unter anderem mit diesen drei Dingen finanziell helfen. Erstens, Geld für die Schule. Gerade so viel Geld, dass es, Zitat, über Lebensfähigkeit garantiert. Zweitens, Bildungsgutscheine. Also, pro Kind noch einmal Geld, zum Beispiel an die Schulen. Und drittens, Zitat, German Dream, Zitatende, Zuschuss. So nennt die FDP das nämlich. Dahinter steckt sich Fördergeld, das man Schulen zur Verfügung stellen würde. Die können das dann durch Förderprogramme, zum Beispiel an Kinder und Jugendliche, weitergeben. Und einen ganz starken Fokus in ihrem Programm setzt die FDP auch auf MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Man will also auch zum Beispiel frühkindliche MINT-Bildung. Und dahingehend möchte man auch Frauen und Mädchen stärker unterstützen. Dass die FDP eine Partei ist, die aber vor allem die Wirtschaft im Kopf hat, das sieht man anhand diesem Ausschnitt hier. Wir Freie Demokraten fordern die bundesweite Einführung der Schulfächer Wirtschaft und Informatik. Und mit dem sogenannten Midlife-Bafög, so nennen sie das, möchte die FDP auch sicherstellen, dass man nach der Ausbildung oder nach dem Studium noch einmal sich weiterbildet. Das heißt, man bekommt laut der FDP 1.000 Euro pro Jahr, eben um sich weiterzubilden. Zum Beispiel will man dafür auch ein, Zitat, Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber das Steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten, Zitatende, ermöglichen. Und dass man zur Einschulung auch Deutsch spricht, ist der FDP ebenfalls wichtig. Zitat, wir fordern, dass jedes Kind mindestens ein Jahr vor der Einschulung an einem Deutschtest teilnimmt. Zitatende. Geld, Finanzen und Steuern. Die FDP möchte zum Beispiel nicht, dass die Erbschaftssteuer noch weiter ausgeweitet wird, also dass man noch mehr Steuern zahlt, wenn man was vererbt beispielsweise, als man es aktuell tut. Und gerade auch der Spitzensteuersatz ist bei der FDP immer wieder ein Thema. Also ab wie viel Geld, ab wie viel Einkommen soll ich denn wie viel Prozent an Steuern zahlen? Die FDP schreibt in ihrem Programm dazu das hier. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben, mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Pro Jahr. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Also die FDP möchte, dass eben die Menschen, die gut verdienen, nicht so schnell mehr Steuern zahlen. Der Spitzensteuersatz liegt aktuell bei 42 Prozent, den man zahlt, wenn man 57.919 Euro brutto im Jahr ein Einkommen hat. Wie gesagt, die FDP will das auf 90.000 Euro erhöhen. Und den Solidaritätszuschlag, den will man auch komplett abschaffen. Der wurde ja bereits abgeschafft, aber nicht für alle. Oder beispielsweise zahlen Singles, die mehr als 73.000 Euro pro Jahr brutto verdienen, eben immer noch diesen Soli. Und die FDP sagt, nein, der muss komplett für alle abgeschafft werden. Die FDP ist auch gegen die Wiedereinführung der sogenannten Vermögensteuer. SPD und Grüne wollen das ja beispielsweise. Und das würde vor allem reichere Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern treffen, die dann eben aber auch diese Steuern abgeben müssten. Und die werden dann gleichermaßen verteilt an andere Bundesländer. Andere Bundesländer müssten mit dieser Steuer weniger zahlen. Deswegen ist vor allem Bayern übrigens mal so nebenbei eher gegen die Einführung einer solchen Vermögensteuer beziehungsweise die aktuelle bayerische Regierung. Auf 89 Seiten beschäftigt sich die FDP auf 5 Seiten mit dem Thema Gesundheit und Pflege. Grundlegend sagt sie beispielsweise, dass man nicht mehr Krankenhausleistungen haben möchte, als wirklich nötig. In ihrem Wahlprogramm heißt es dazu, Zitat, Die Strukturreform im stationären Sektor muss verantwortungsvoll weiterentwickelt und Fehlanreize für eine Überversorgung sowie ein Überangebot an Krankenhausleistungen müssen bereinigt werden. Als Konsequenz aus der Pandemie will die FDP, dass die Arzneimittelproduktion wieder mehr in Richtung EU verlagert wird oder auch Deutschland verlagert wird. Und beim Thema Patientendaten sagt sie, dass sie mehr Digitalisierung möchte. Das heißt, dass aus ihrer Sicht die Daten schneller überall zur Verfügung stehen für Ärzte, Krankenhäuser und so weiter. Unter dem Punkt Gesundheit geht die FDP auch auf das Thema Cannabis ein. Hier schreiben sie, Wir Freie Demokraten fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum für volljährige Personen zu erlauben. Nur mit einem Verkauf in lizenzierten Geschäften können die Qualität kontrolliert, die Weitergabe von verunreinigten Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Wenn Cannabis ähnlich wie Zigaretten besteuert wird, können jährlich bis zu einer Milliarde Euro eingenommen werden. Wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht, möchte die FDP mehr Kassenpsychotherapeuten haben und man möchte auch mehr Studiengänge in den Bereichen Psychologie und Psychotherapie. Und bei den Krankenkassen möchte die FDP, wie sie selbst sagt, Zitat, mehr Wettbewerb, Zitat Ende. Grundlegend ist ihr Ziel, nämlich die Krankenkassen rentabler zu machen. Sie sollen also mehr Geld machen durch beispielsweise finanzielle Anreize, Bonuszahlungen oder ähnliches. Und bei der Pflege will die FDP vor allem auch erreichen, dass mehr Unis den Studiengang Pflegewissenschaften einführen für ein duales Studium im Pflegebereich. Ihre Hoffnung ist nämlich, dass dadurch neue Personengruppen sich für den Beruf öffnen. Und auch beim Thema Pflegeversicherung sagt die FDP, dass man sich nicht nur auf die staatliche Vorsorge verlassen sollte, sondern dass man auch privat vorsorgen muss. Kommen wir zum Thema Arbeit. Die FDP möchte, anders als beispielsweise die Linke, die Arbeitszeit nicht minimieren oder reduzieren. Sie möchte aber, dass die Arbeitszeit, die man aktuell hat, flexibler gestaltet werden kann. Die FDP sagt außerdem, dass sie sich jetzt nicht für ein hundertprozentiges Homeoffice-Recht einsetzt oder dass sie das möchte. Sie sagt aber, dass sie sich dafür stark machen möchte, dass die Arbeitgeber sich mit den Arbeitnehmern hinsetzen und über Möglichkeiten, über Homeoffice-Möglichkeiten sich unterhalten. Und die FDP möchte auch keine Frauenquote beispielsweise einführen in Unternehmen. Sie setzt da, wie sie selbst sagt, auf Selbstverpflichtung. Ein weiteres Problem, was die FDP als wichtig ansieht, ist die Situation von behinderten Menschen in der Arbeitswelt. Aus ihrer Sicht steckt da sehr viel Potenzial drin und da tut man aktuell zu wenig. Auch da wollen sie sich, wie sie selbst sagen, stark machen. Zum Thema Mindestlohn äußert sich die FDP beim Thema Arbeit aktuell nicht, zumindest nicht in ihrem Wahlprogramm. Bei anderen Parteien kann man daher lesen, dass sie diesen Mindestlohn erhöhen wollen. Das sagt die FDP in ihrem Programm so explizit nicht. Und wenn es um das Thema Ausbildung geht, sagt die FDP, dass man Berufe, die ähnlich zueinander sind, zumindest teilweise oder zeitweise zusammenlegen möchte in der Ausbildung. Beispielsweise, indem man sagt, dass das erste Lehrjahr von verschiedenen Ausbildungen zusammengelegt wird, um sich danach sozusagen wieder zu spezialisieren. Kommen wir zu weiteren wichtigen Punkten. Beispielsweise möchte die FDP die Amtszeit einer Bundeskanzlerin, eines Bundeskanzlers, auf zwei Legislaturperioden beschränken, also auf maximal zehn Jahre in diesem Fall. Und ich sage nicht ohne Grund zehn Jahre, denn eigentlich wären es ja acht Jahre, weil wir alle vier Jahre einen neuen Bundestag wählen. Aber die FDP möchte auch, dass man diese Zeit auf fünf Jahre verlängert, dass also mehr Zeit zwischen den beiden Wahlen ist. Und man möchte auch das Wahlalter bei Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre senken. Und die FDP möchte auf EU-Ebene auch eine europäische Armee einführen. Und bis das noch nicht geschafft ist, möchte man aber weiter an einer europäischen Verteidigungsunion arbeiten. Kommen wir noch zur Kritik. Ein Punkt, den man ganz oft liest von Experten und Berichten, Journalisten und so weiter und so fort, ist, dass die FDP in ihrem Wahlprogramm nicht ganz klar und deutlich macht, wie sie eigentlich beispielsweise die Steuersenkungen, die sie versprechen und alles andere, genau finanzieren wollen. Das ist laut vielen noch nicht konkret ausformuliert. Abgesehen davon stand die FDP auch in der Vergangenheit in der Kritik, beispielsweise in Thüringen, als man sich wählen ließ, beziehungsweise Thomas Kemmerich wählen ließ zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Vielleicht erinnert ihr euch, Anfang 2020 war das. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ihr hier oben im i auch nochmal verlinkt findet. So, und wenn ihr jetzt noch die anderen Wahlprogramme sehen möchtet zu anderen Parteien, dann schaut mal hier vorbei. Da findet ihr eine Playlist, die immer weiter gefüllt wird mit ganz vielen weiteren Videos. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr up-to-date bleiben wollt zur Bundestagswahl. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann.